was geht ab youtube willkommen zurück zu einem neuen video heute reagieren wir auf 69 sasa ich hab das sieht noch nicht gehört das war ein tag rausgekommen ich habe gehört der hat auf toto rapper geschossen auf chicago rapper ich das sieht hat noch nicht mehr angefangen guckt dir an bruder was ich auf meinem bildschirm sehe okay bruder es ist gerade drei uhr nachts ich weiß ob ich diese nacht ohne 18 seiten überlebe aber wir gucken mal fangen wir an mit dem video feiert ihr seinen bart feiert ihr seinen bart ja oder nein bruder ich bin dir ehrlich kann man machen aber wie schnell hat der bart bekommen hat der im knast irgendwas besonnen ok wir können weiter ich glaube ich meine der meint damit king von er wäre nicht falsch ich aber ich bin mir eigentlich sicher der meint king von damit glaube ich was hat der für chayas in seinem musikvideo bruder und nicht nur 1 2 guck guck dir an wieviel chayas bruder der mann lebt seinen traum der ist krass der war auch gerade immer auf ig live oder der gegen jeden rapper geschossen die meinten die töten den und alles oder sein ig live der kriegt 400.000 zuschauer der ist so ein troll ne dass wir das einfach nicht auf official musikvideo der tut einfach das rein bruder der ist lustig bruder schreit der gerade danach um getötet zu werden schreit der gerade danach bruder das ding ist der hat auch bruder ganzen new york fahren und ist immer noch nicht gestorben da ist irgendwas entweder der hängt am ende der welt so am äquator oder ich weiß nicht warum der noch nicht gestorben ist ich gebe dir noch sieben monate wenn er nach sieben monaten schuld ist ist das thema gegessen warte der stirbt nicht mehr warte diese chayas sehen alle aus gerade wie transen und warum schießt er so hart bruder ich hab king von unnummern gefeiert bis jetzt das lied ist eigentlich ein standard 6ix9ine diese energie die ist das bruder man ist gewohnt von dem diese are you dumb stupid bruder immer das gleiche aber es ist krass bruder der bringt energie bruder warum sie warum sie warum 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 bruder es ist drei uhr nachts vier uhr nachts fast ich schwöre tut mir leid dass ich das jetzt mache bruder aber es ist vier uhr nachts ihr wisst ihr wisst was für eine zeit wir haben bruder man ist man ist horny Oliver sind diese lippen gesossible oder.. ihr wisst wo ihr mich nach dieser nach diese reaktion findet bruder graft oder rang Sorry to all the dance Bruder, der ist unnormal, ein Clown, Bruder Der ist krank, Bruder, aber warte mal, warte mal Diese Anzeige soll mal weggehen, Bruder Bruder, ich konnte mich nicht mal richtig auf das Musikvideo konzentrieren, Bruder Da war so viel Arsch, Bruder, da war so viel Arsch Guck dir das an, Bruder Wie soll ich mich auf das Musik, guck Wie hätte ich mich auf die Musik konzentrieren sollen, Bruder Guck, Bruder, wie der da liegt Ich fühl grad alles tun, dass ich dort liege, Bruder Der lebt seinen Traum, Bruder Zu dem Lied kann ich nur sagen Standard 690, NRG, die ist das, Bruder Was dieses Video wirklich gemacht hat, Bruder Das hat mich schon nie gemacht Das war ein Porno, Bruder Der hat ein Porno geschossen dort, Bruder Bruder, guck mal, allein das Thumbnail, Bruder Was für eine Am besten spende jetzt das Video Man, ihr seht, Bruder Oben links ist es 4 Uhr morgens Mir geht's nicht gut, Bruder Ich würd sagen Falls ihr eure Mutter Ey, ich würd sagen Falls ihr eure Mutter liebt, falls ihr gerne Socken trägt, liked, abonniert den Kanal Tschüss